Tribüne mit Springbrunnen und gemauerten Bänken mit Zeichnungen von Mariano Bertucci Als Teil des baulichen Erbes der Kaserne heben sich die Galerie des Exerzierplatzes und 13 gemauerte Bänke mit unverputzten Ziegeln und farbigen Fliesen aus der Fabrik von Ramos Reiano hervor, deren Zeichnungen das Werk von Mariano Bertucci sind, die marokkanische Szenen und Bräuche darstellen. Die heutige Tribüne wurde ursprünglich 1931 als schöner Brunnen mit zwei Pergolen an den Enden konzipiert. Aber 1940 wurde es zu einer Tribüne mit Brunnen umgebaut, wie wir sie heute kennen.